Mit 9 Milliarden will die Bundesregierung eine Airlines retten. Ein Konzern, der klimaschädlich ist und der Steuergelder umgangen ist. Ein Konzern, der gar nicht so viel wert ist wie diese 9 Milliarden. Und ähnliches soll dann auch noch bei der Autoindustrie passieren. Das ist total ungerecht, denn den Kleinen, den Gewerbetreiber, der den Laden hat, dem wird nicht in diesem Umfang geholfen. Und das hat auch nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Und wenn man das schon macht, dann muss es klare Auflagen geben. Auflagen sozial-ökologischen Charakters, Klimaschutzmaßnahmen einzuführen und natürlich auch transparent mit den Finanzen umzugehen und vernünftig Steuern zu bezahlen. Das müssen die Auflagen sein. Die gibt es aber nicht. Deswegen gibt es einen Appell von Finanzwende, den ich unterstütze und wo es gut wäre, wenn ihr den auch unterstützen würdet und unterschreiben würdet, damit sowas nicht weiter passiert.